Ja, wir melden uns zurück zum dritten Teil. Ich glaube, Max hat am Anfang gehört auch nicht. Sag mal was hier zu Handy-Suchting-Spielern. Ach, ich suchte den Handy-Suchting-Spielern. Ja, wir sind ja hier, ne? Ich bin immer noch un-ratsam. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich fürs Wegwerfen. Das ist nur 20. Ja, die muss man schon mal weg. Das sieht immer aus. Ja, natürlich. Jetzt kommt die Jacobs. Und die Jacobs. Die hat sogar so ein Geil. Oh, guck mal, dass sie sich an, Junge. Ach, du Scheiße. Ja, jetzt ist ja halt, wo willst du hin? Äh, Clapp-Trap, bringt eine Schrotflinte und Hamlock, bringt eine Sniper-Wifel. Ich bin ja so ein großer Sniper-Fans, wir nehmen die Sniper. Viele würden nicht sagen, ihr könnt es auch Zero spielen, aber ich heulich auch gerne mit Schnellschusswaffen rum. Ach, komm, wir nehmen die Schrot. Na, Kampf und schnell, das passt. Nehmen sie die Schrot. Na, tief und schnell, das passt jetzt. Weiß der ne Brasilien. Ah, speikert. Super gut. Äh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Na, wo bist du? Was macht mehr da? Ich glaube, dass ich den Ast da. ok die dj Bekaufshafen gehen sich mit ab, ey. Oh, das ist eben süß, einfach... Oh, wo ist sowas los, ey? Normalerweise wird sich die Zubis austicken. Ein Badass, ja genau! auch sie ein stück dabei auch da kommt was angeboten wenn sie zwei leidenschaften natürlich hat da oben das so gut dem ist viel das spät es kann 1 die munition auftanken nur waffen super 1 ach die hatte das geht ich bin mir da nicht sicher ob das level 5 sage ich mal ganz ehrlich doch da stand das da ich hab was klarstellen das diamant pferd von dem ich erzählt habe ist keine skulptur oder so was es ist ein lebendiges pferd nur dass es eben aus weißt du was ich hole es schnell braves mädchen roh sag hallo das war nicht so schwierig vor es ist die ehemal bastort 3 wo was ist es los bis näher jetzt bin ich auch dort direkt 4 ja da lass ich überwachsen das ist ich aus da kommt es schon immer schneller die animativen so die Sauer also 8 Prozent ich habe mein Recht auf Fortpflanzung weil ich mich gerätst ich will auch mal Kinder kriegen komm her schnäsen die Bisse gewonnen wein hab ich nicht gesehen Mist viel geil wenn sie will rotieren ich werde dich nicht umbringen das ist es ist ich bin es gibt es nur noch mehr rausgeschossen hast ab jetzt bedingt natürlich ich vergaß der schaltkasten des unterschlupfs gab den geist auf nachdem klappt versucht hatte sich darin zu integrieren das war übrigens eine kohle doch doch nachdem die trübe und mir macht es nur richtig gut und in dieser erscheint was er ist hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Sehr gut. Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch und kaufe ein Schild. Früher war dies ein wichtiges Widerstandsnest, bis irgendwann die Hyperion Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen. Oh, hier gehts da hoch und wunderbar und jetzt wäre geil, wenn Dr. Neck kommen würde, äh Dr. Set. Halbtot? Ah, das kriege ich wieder hin. Ah ja, Angebot. Oh, okay, okay. Das ist die neue Schuhe. Eine weitere Herausforderung gemeistert. Wenn du das nächste Mal aufhörst. Was? Äh. Mach mit kurz. Okay. Auf Y gedrückt. Ändert sich halt. Ist ja der zweite Teil. Vieles besser gemacht. Du kannst doch schneller wechseln. Oh, Level 5. Okay. Traut mir eindeutig zu Lamp. Ach so, ich muss ein Schild kaufen. Äh, ich bin ein Depp. Glück fährt das Ding schnell hoch. Ich hoffe, du bist geimpft. Gut. Kehre ich jetzt nach Lyersburg zurück, dann sehen wir, wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterdrücken. Oh, ein Verlust, kein Life. Hast du uns... Hast du so ein Life verloren? Na doch, du hattest Life in 1 verloren, ja. wer gibt ja es zu uns약ern. Hauptstory kommt ab hier ein bisschen weiter aber hier erstmal neben dem. Erstmal 5 Augen, gell? Dann sind wir weiter, vielleicht kriegt man dann nicht Fertigkeit. Die Sirene hat es nämlich damals mit Level 5 bekommen, und alle anderen mit Level 6. Die waren nämlich früher, oder was? Ja, doch. Die Sirene hat es früher, du fast... Ey, ich lege nach Bordler-Lenz 1 ein, das kannst du wissen. das schützt vor kugeln möchtest du gegen einen zwerg st ist die Antwort Nein bist du ein Tropf und nicht den Wunsch weiter mit dir zu sprechen ich freue mich schon wenn es wieder ein Auto gibt das ist die Antwort das ist die Antwort das ist die Antwort hier gehen wir erst in den nächsten Folgen von Witz und in der Welt es gibt noch Zeit Ich muss sagen, siehst du mal eine Granate bestellt? Oh, wir wollen aber nicht. Ich kann gerne sagen, wenn die Attacke... ...welche von alle Charakter-Belden, die mit einem Spielkopf verbunden sind. Uuuuh! Oh, ich kann das nicht treffen. Schusswaffen schon. Ach, das ist ja geil. Aha. Ach, das ändert sich immer geil. Feuerrat, na klar. Oh, da schön. Oh, maximale gesünder Schädler. Schädler. Mitleidengeschwindigkeit. Einbauen. Ja. Maximale Gesundheit. Gut. Was hier sieht man, kriegt es jetzt ja raus. Gut. Weißer und Text. Oh, noch klar. Ich hoffe, du bist geimpft. Ich verhaste dich jeder. Super. Ich meine... Oh, das kann klar. Das ist nicht gut. Oh, oh. Da sind wir schon... Komm spazieren. Komm spazieren. Doch, damit werden wir uns erst in der nächsten Folge beschäftigen. Ah, sehen wir uns in... Teil 5 ist das sein. Jetzt bin ich komisch völlig durcheinander. Ich bin mir sicher. Teil 5. Ich weiß es nicht. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. 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 好una.